Ich denke, wenn man hierher kommt, habe ich wahrscheinlich einen asiatischen Roommate. Das ist ein simpel Grund, weil wahrscheinlich 60 Prozent hier Asiaten sind. Aber ich persönlich habe jetzt einen englischen Roommate, weil ich einfach gefragt habe, ob ich einen Roommate bekommen kann, der Englisch spricht, seine erste Sprache, damit ich schnell Englisch lernen kann. Untertitelung des ZDF, 2020